Hallo, Klemm-Baustein-Freunde und herzlich willkommen hier bei Pumpkin Bricks. Ich bin Sascha, aka PumpkinNet. Und ich habe ein Ninjago-Heft dabei. Genau. So, machen wir erstmal die Plastikfolie hier auf. Es ist ein Comic, um genau zu sein, mit einem... Uh, das hab ich noch gar nicht. Okay. Äh, davon hab ich noch ein Tütchen, ja. Da wusste ich nicht, was ich damit anfangen sollte. Jetzt weiß ich's. Ähm, wir haben hier auch, äh, Prinz Nero, Nemo, irgendwie sowas. Namor. Die heißen ja mittlerweile alle gleich, ne. So, den tun wir mal an die Seite, den machen wir gleich. Dann haben wir hier, äh, hier ist noch was dran. Ja, da will ich aber erstmal gucken. Da kann ich dann erst bearbeiten, wenn ich, ähm, am, 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 am Wohnzimmertisch sitze. Aber da hab ich, ähm, noch so ein Tütchen liegen. Und hier haben wir das, äh, Album dazu. Oh, das hab ich doch. Den hab ich doch. Jo, super. Superb. Kommt direkt rüber. Brauchen wir uns gar nicht angucken. Haben wir uns schon mal angeguckt. Gucken wir uns den Comic an. Genau. Bentomar heißt der Mann. König von... Merlopia, okay. Kein Prinz ist ein König. Ja, gucken wir uns mal ganz kurz den Comic an. Hier wird das Minecraft-Heft nochmal, ähm, betitelt. Ja, so. Hier wird das Star Wars-Heft thematisiert. Hatte ja auch schon wirklich ein paar, äh, richtig tolle, äh, Sets drin. Du glaubst wirklich, dass du lebend hier davon kommst? Ja, viele Fliegen haben momentan Probleme. Ist es kalt? Und sie wissen nicht mehr, wohin. Das heißt, sie landen hier irgendwo am Tisch, sodass sie platt machen kann. Sind jetzt die letzten, äh, Ausläufer quasi. Äh, hier. Das ist, äh, das ist wirklich nur ein Comic. Und im nächsten Heft haben wir ein Cole. Goldener Cole. Uh, ein Goldener Cole. Das klingt gut. Das klingt gut. Hier ist ein Pythor. Dass der immer noch Blödsinn macht, verstehe ich nicht. So, auch fertig. Kommen wir zur Figur. Richtig. Eine Schüssel. Ein paar Teile. So, schauen wir uns das Bild an, damit wir wissen, was wir zu tun haben. So. Der in die Mitte. Wofür ist das Teil hier? Ach so, dem kann man den Dreizeck auf den Rücken klemmen. Ha. So. So. Ach so. Ach, der hat auch noch ein Doppelgesicht, okay. So. 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 fertig finde ich wieder klasse geniale figur wieder fünf minuten video wir sind schon wieder fertig heute geht das schlag auf schlag gut dann sage ich mal danke fürs zusehen und bis zum nächsten mal euer pumpkin hat bis dann und bei und baut was schönes ja vor allem das hier wird immer schöner okay und wo war man genau tschüss und bleibt gesund auf jeden fall bitte bleibt gesund das wetter legt mich dazu ein sich zu erkälten und dann sage ich mal danke fürs zusehen und bei